Ich spreche Deutsch, ich bin Professorin an der Universität Addis Ababa, Abteilung Biologie. Ich halte Unterricht und ich betreue Doktorstudenten und ich mache professionelle Arbeit. Ich habe auch Kontakt mit Professoren in Deutschland und ich habe auch mit dem Alexander von Humboldt Foundation Stipendiat Fellowship in Englisch. Ich mag die deutsche Sprache, weil ich schon lange her die deutsche Sprache gelernt habe.